Hey Kinder, willkommen zurück zu Hello Neighbor. Wir haben die goldene Bumswurststange gesammelt letztes Mal und jetzt können wir hier aufmachen. Ja, sehr schön. Ja, die letzten paar Tage habe ich es leider nicht ganz geschafft, weil ich ja technisch hier Probleme hatte. Krass, wie schnell das ist. Geht das hier? Oh, oh. Oh, oh. Hallo. Was ist hier? Ist hier noch irgendwas? Da kann man gar nicht hoch. Alles klar. Ja, ihr wisst ja, dass mir am Freitag praktisch der PC komplett verreckt ist. Ah, kann ich jetzt da drüben drehen? Aha. Aha. Ha, ha, ha. Na also, es läuft doch. Oh, läuft schon? Tatsächlich jetzt, wortwörtlich? Oh nein, Nachbar. Bitte, fass mich nicht an. Shit, shit, shit. Kommt der da hoch? Kann der die... Ja, der kann Leitern hoch. Wir gehen einfach weiter. Oh nein. Wir gehen einfach weiter hoch. Und gucken, was hier so abgeht. Da ist eine Tür. Aha, sehr gefährlich. Und hier sollen Kinder spielen. Ich weiß ja nicht. Wasser. Ein Hai. Kacke. Das ist ja wie bei... Wie bei... Oh. Ein Bär. Wie bei dem anderen Teil. Wisst ihr noch? Bei Teil... Äh, ja gut. Ich weiß nicht, welcher Teil das war. Heiche? Kommst du... Oh Gott. Der kommt ja sofort. Ich dachte, ich spring gleich wieder raus. Ah, guck mal, da... Da läuft Wasser. Das... Fuck, nein, warte kurz. Das Ding ist abgefallen. Der... Äh... Dremel, wollte ich gerade sagen. Vielleicht können wir damit jetzt an dem Rest drehen. Wir haben doch... Äh, wir haben doch... Da oben ist die Stelle, wo man auch... Da ist noch ein rotes Licht. Warte mal, warte mal kurz, warte mal kurz. Wir waren jetzt ja gar nicht überall. So. Was ist hier so verste... Guck mal. Dunkel. Hell. Dunkel. Hell. Hm. Okay, da ist nichts. Oh, fuck. Bleib aus, bleib aus. Können wir hier aufmachen? Aber ja, klar. Was haben wir denn hier? Da ist rechts ein Loch. Na, man sieht ja kurz, da ist eine Leiter. Da könnte er hochkommen. Das ist das im Boden. Das ist das, was im Boden ist, was man von unten sieht. Okay. Ist hier irgendwas noch? Wisst ihr, bevor wieder irgendwas an der Wand versteckt ist, was abfällt? Ähm. Guten Morgen, Herr Nachbar. Geht der wieder? Hihihihi. Das heißt aber auch, dass er hier hoch kann. Ohne Probleme sogar. Okay, wir gehen erstmal wieder ran. Wahrscheinlich weiter da hier. Er war da nicht hier, okay. Boah, er hat hier eben die Falle aufgestellt, ne? Man kann die Taschenabwehr da nicht reinschmeißen. Aber das Fernglas. Auch nicht. Okay, muss hier drüber springen. Höh. Er ist unten. Er ist gar nicht mehr hier. Okay, passt auf. Also, ich meine nämlich, dass wir über der... Ah, hier haben wir noch den Strom. Ha. Wir können hier oben drüber aufdrehen. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Und zwar... Gibt es hier? Ha! Der nimmt's. Ah. Jetzt läuft's ja auch. Weißt du das? Sehr gut. Sehr gut. War hier noch... Da, wo wir vorhin gelaufen sind. Warte mal. Wiederum da hinten oben. Da bin ich doch über die Rohre gegangen. Guck mal da. Da oben ist noch... Da muss ich mich schon noch drehen, oder? Muss ich da auch noch drehen? Vielleicht mit Kisten hochgesteckt oder von hier? Ich drehe einfach erst mal alles. Obwohl es ja scheinbar gereicht hat, weil der... Weil der Hai unter Wasser... Aber beim Hai brauchen wir's ja gar nicht. Ja, hier geht's auch. Jetzt fließt's hier durch. Ähm, äh, wie kann man da jetzt nochmal hoch? Warte mal, von hier. So. Das brauch ich. Ah! Warte mal, ich mach's auf... Was ist auf kalt? Ich mach's jetzt einfach auf warm. Vielleicht... Vielleicht schlippt der Hai jetzt ja. Ich muss... Ich muss... Oh, fuck. Hey. Ich muss woanders hin. Wisst ihr noch, ich muss hoch in den, äh... Ich muss hoch. Ich muss richtig durch die... Durch die Tür bei ihm. Er kommt da gerade. Ach, nee. Okay, warte mal. Ich häng's einfach im Christ mit ihm. Ich häng's einfach... Alter. Höh! Kommt doch... Kommt doch her, du Pinza! Fuck, fuck, fuck. Fuck, ich häng! Super, voll die Zeit verloren. Egal. Wird reichen, wird reichen. Wow! So, pass auf. Ah, hier. Ha! Ist gedreht, bitch. Kann ich jetzt den Hai grillen? Keine Ahnung. Aber... Wo war denn das? Hier, hier war's, hier war's. Ha! Hop, 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 hop. So! Und jetzt kann ich das hier... Äh, aufmachen. Komm schon. Ja! Ähm. Sau, kann man... Kann man ertrinken? Oh, nein. Ich bin ein kleines Kind, das unter Wasser einfach knallhart springen kann und nicht ertrinken. Wahnsinn! Was rauskommt, erweist sich doch als schwierig. Aber wir haben es eigentlich schon geschafft, oder? Ist es nicht jetzt schon fertig? Also ich mein, ich muss es jetzt nur noch im... Im Heizungskeller kalt machen. Aber dann haben wir nichts beim Hai gemacht. Na, scheiß drauf, oder? Weil er braucht schon den Hai. Hier ist offen. Warum ist denn hier offen? Seit wann ist denn hier offen? Waren wir hier... Warum ist denn jetzt hier offen? Da waren wir doch noch gar nicht. Komm mal hier. Warte, gehen wir mal da hoch. Und uns los, ey. Da ist der Schlüssel! Warte mal. Ich weiß gar nicht, warum wir dieses blöde Fernglas brauchen. Aber was hat mir das jetzt gebracht? Nichts. Rein gar nicht. Ist hier irgendwas? Ah! Oh, hallo. Ich will jetzt gerne wieder kurz reintreten. Ich will meinen Fuß reinhängen, aber da kommt er ja sofort. Ja, aber was... Ähm... Was hab ich denn jetzt hier davon? Kann ich... Kann ich kurz da hinten hin? Ist da irgendwas? Merkt ihr was? Merkt ihr was? Ha! Hier ist nichts. Passt das Schlüssel auch hier? Ist auch Gold. Nee. Ist ja vielleicht hier drin. Nee. Passt da hier hinten? Ah, da ist er zu. Oh nein. Da hat eine Kamera hier. Also irgendwo hab ich was übersehen. Vielleicht... Warte mal. Hab ich jetzt hier eigentlich... Oh nee, nee. Komm nicht her. Komm nicht her, Nachbar. Kann ich hier schon raus? Nee, das muss ich erst einfrieren. Okay, alles klar. Ich denke, er kriegt uns jetzt nicht mehr da. Was ist noch nicht da? Was ist... Was fehlt... Hier vor uns das Loch natürlich, klar. Ähm... Beziehungsweise das, was hier halt verbuddelt ist. Was ist hier noch außen dran? Was wir... Also der Stromkasten. Was? Guck mal. Ach, der ist mit diesem Trampolin da verbunden. Ich mach... Ich lege ihn einfach mal um. Aber ich hab jetzt... Keinen Plan, was da passieren soll. Das hab ich grad sehr komisch ausgesprochen. Hm... Da oben waren wir ja... Drinnen. Guck mal da! Hab ich das Ding noch? Ah, fuck. Da ist ein Hahn. Einfach im Nichts. Nein! Oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Monsieur Stacks, du ein bisschen. Haha. Komm ich ja noch irgendwie hin? Na, komm. Ich muss mich jetzt kurz fangen lassen, damit... Damit ich... Oh. Damit ich was? Hier rumlaufen kann, wo ich Angst krieg? Oh. Oh, schee. Wer schnauft denn da? Oh. Wer ist er? Wer ist er? Der Nachbar? Irgendwie ist... Äh... Irgendwie ist was gestorben. Oh. Ist er eine Frau oder sein Kind? Was glaubt ihr? Also ich glaub natürlich, irgendwie ist er sein Kind. Ähm... Herr Nachbar? Guck mal, wer guckt. Ich kann jetzt nicht. Ich kann dich jetzt nicht fangen. Na, komm, dann packen wir's. Wir gehen wieder durchs Exe raus. Zack. Zack. Guck mal, Nachbar. Geh doch einfach mal hier hin. So. Ach fuck, ich bin so dumm. Der kommt ja von drin gar nicht dahin. Das ist ja gar keine Verbindung. Ah, der kommt von da. Pass auf, ich mach das so. Und jetzt geh ich außenrum, hier über links. Und geh schnell da hoch. Hüh! Nein, der ist nämlich direkt da, der ist direkt da, fuck nix, da, ich brauche meinen Scheiß wieder, hey, gib mich mein Drehding oder was? Ha, sehr gut, man kann es doch abmachen, ich habe ganz kurz Schiss gehabt, dass es vielleicht irgendwie das Levelende eben ist und man dann halt nicht jetzt hier einfach rumhantieren kann. Okay, was wollte ich jetzt damit machen? Ach ja, genau, draußen ist ein Hahn irgendwo. Hast du hier eine Kamera hingemacht, du Sack? Das ist ein Frechdack, sag mal, ich mache die mal weg. Und mit deiner Kamera mache ich hier das Fenster kaputt, ach so, ich dachte ich kann da raus, aber das ist ja, das geht ja gar nicht. Wir wollen runtergehen an diesen Hahn, vielleicht weicht der Hahn die Erde auf oder sowas. Also, wenn dann da irgendwas rauskommt, ich nehme an, da kommt Wasser raus. Wisst ihr, wie ich meine? Wo ist denn der? Oh, oh, das scheint doch, oder? Ist hier drüben noch ein Weg außenrum? Nee, na dann gehe ich doch da, oh, wo lang? Oh, wo lang? Oh, wo lang? Vielleicht brauchen wir vielleicht etwas Unterstützung von dieser Kiste hier. Da oben ist, oh nee, ich dachte da wäre auch noch was zum Drehen. Leute, mach mir nicht weich hier. Könnte ich hier einfach reden stellen? Da oben, lang! Wir benötigen eine weitere Kiste. Nachbar, verpiss dich bloß hier, Alter, ich bin... Ich brauche deinen Kissen, Nachbar. Das wird der Hammer, mein Freund. Das wird voll die krasse Pyjama-Party, Nachbar, Alter. Freue dich schon mal drauf. Alter, ja, ich habe es schon geschafft, Leute. Hat sich erledigt. Der krasse Boy. Reicht nicht von hier, komm. Ha! Ja! Okay, Erde, weich auf. Nehme ich jetzt mit, das Ding? Ja, ich nehme es wieder mit. Läuft immer noch weiter, okay. Los! Ah! Warum war das jetzt auf? Irgendwas ist leer gelaufen. Das gehört so ein Ding am Schluss. Oh, ne, ist unser Teil oben leer gelaufen? Da, wo wir, da, da, wo wir, ähm... Fuck. Uh, 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 Nachbar wie unangenehm. Vielleicht ist aber auch der Ding leer gelaufen, der Hai. Obwohl uns das doch gar nichts mehr bringt, ne? Wir waren ja schon jetzt im anderen Haus. Reim, Raum, äh, Reim. Ich gucke ganz kurz jetzt, wo er eh nicht da ist. Guck ich kurz hier oben. Ne, ist noch drin. Okay, alles klar. Ich habe ganz kurz, habe ich schon mal Kacke in den Haus gemacht. Ach, da können wir ja nicht raus. Geh mal da oben raus wieder. Wo will ich denn jetzt hin? Zum Hai. Und der Hai ist hier? Ja! Der Hai ist nicht da. Hallo. Wir haben... Jetzt können wir es aufbuddeln. Jetzt können wir es aufbuddeln. Ich wette mit euch. Ich wette mit euch. Genau da drin ist jetzt das für das, äh, für das Haus. Irgendwie in, äh, in fetstem Papier, wo draufsteht, dass der Schlüssel hinter irgendeinem scheiß Bild hängt oder so. Kann ich auch abnehmen, wie früher? Kann man die nicht mehr abnehmen? Doch, man kann sie abnehmen. Gottes Willen, das Ding könnte hier überall sein. Ähm, habe ich die Schlange? Die Dinge jetzt dabei, ja, habe ich. Guck mal, ich gehe einfach von hier. So nun, wie die Tante kunter bunter. Ich mache jetzt deinen Scheiß auf. Geht nicht auf. Nachbar, Hilfe. Kriege ich es nicht auf? What the fuck? Ah, ich muss, da ist direkt der Schlüssel drin. What the fuck? Also ich fand es jetzt aber echt nicht so ultra schwer. Viele haben gemeint, das wäre das schwerste. Ich meine, es war schon, ich denke, ich habe Glück gehabt. Ich bin direkt am Anfang rumgelaufen, habe einfach alle Schalter hier betätigt. Also, dass ich allein auf diese Idee komme, war sicherlich vorteilhaft, weil ich nehme an, man muss erst alle diese Sachen, die man direkt drehen konnte, drehen. Also den hier draußen, dann war in der Küche einer und noch irgendwo, oder im Gang. Und wahrscheinlich ist dann erst das rote Teil rausgeploppt. Aber hey, man darf ja auch mal glücklich sein bei sowas, oder? Wo will ich jetzt hin? Zum Puppenhaus, das ist oben irgendwo. Hö! Ach, komm. Ich muss ins Puppenhaus rein, schnell! So, wo ist der Schlüssel? Plopp! Ha! Ach, und kann ich jetzt... Wahnsinn. Wahnsinn, was man hier alles machen kann, ne? Krass. Wirklich krass. So ein Puppenhaus ist schon was Schönes, ne? Kann ich jetzt Kackding irgendwie drehen hier? Bewegen oder sowas, was das angeht? Ich weiß nicht, was ich jetzt davon habe. Hier habe ich jetzt irgendwie... Soll das eine Art Grundhaus sein von dem Haus hier? Aber Grundrisse sind jetzt irgendwie... Habe ich jetzt irgendwelche Türen vielleicht geöffnet, die davor zu waren, oder was? Das hier war die einzige Tür, die... What the fuck? Das ist echt genau der Raum. Und oben ist jetzt auch irgendwas... Die Ding, die letzte Tür. Ich habe sie eben geöffnet. Oben. Die. Kann das sein? Oh. Ah, scheiße. Bro, ich musste auf diesen Schalter drücken. Wahrscheinlich kann ich es dann erst eineisen. Ich dachte, ich könnte es unten am Boiler machen. Der Boiler bringt einem nichts. Der da unten. Läuft der direkt unter mir? Ey, der ist in die Falle reingedappt. Okay, warte. So, jetzt mach ruhig mal den verkackten Umweg, die Leiter da hoch. Natürlich wird man genau dann irgendwo hängen. Ist doch logisch. Aber warte mal kurz. Bin ich behindert? Scheiße. Okay, aber wenn der mit Eis nachläuft, dann braucht er Jahrhunderte. So. Eis ist angeschaltet. Ich wollte gerade sagen, es hat nicht geklappt, aber doch. Irgendwie sind wir fertig. Easy peasy, lemon squeezy, Martin Scorsese. Also, gut, diese Sache mit diesem Haus, die war schon schwierig. Also mit diesem Kinderhaus. Wer hätte jetzt damit gerechnet, dass man in dieses Ding reinkommt? Ich dachte, man kann unten das eineisen, ne? Also unten in diesem, da wo auch die Heizung steht. Da ist ja auch kalt und warm. Wow. Was haben wir denn jetzt hiervon? Ein rotes Schlüssel. Aber wo ist ein rotes Schloss? Ah, an dem Trampolin. An dem Trampolin, glaube ich. Vielleicht. Und was hat mir das jetzt gebracht? Gar nichts. Ich mach mal die Schaufel weg. Ich denke, die Schaufel ist nicht mehr zu gebrauchen. Okay, das geht gar nicht. Oh. Da vorne. Am Tor. Okay. Wieder nice. Ab jetzt das nächste Level, würde ich sagen. Dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Daumen nach oben. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.